Ja hallo, hier ist Christian Schemeier, Vater, Rapporte und Beziehungscoach in Hamburg und dieses Mal Videoblog Berlin und der Nähe von München und dieses Mal Videoblog rund um Dating, Beziehung und Liebe, aber auch die ein oder anderen spirituellen Themen oder wie auch immer man das nennt, die größeren Zusammenhänge und heute geht es in unserer Reihe Liebeship Basics um das wunderschöne Thema, du kannst nur für dich dein nice geiles Leben erschaffen. So, warum ist das ein wichtiges Thema? Also die meisten, die zu mir kommen, haben ja ein Thema mit Co-Abhängigkeit, sag ich mal, das heißt, also ich will jetzt gar nicht weit ausführen hier, aber haben ein Thema damit, dass sie ja immer an andere denken, nicht an sich denken, dass wenn da so ein großer Kuchen steht, dann holen sie erstmal die Kuchengabe und dann wird zu noch ein Stück, wird zu noch ein Stück, wird zu noch ein Stück und ja, für einen selber bleibt eigentlich nichts mehr übrig und das macht jetzt verschiedene Gründe geben, warum man das macht, aber oft ist es halt doch in dieser falschen Erwartung, also wenn ich ganz viel gebe, das sieht man ja manchmal auch in so anderen, weiß ich nicht, spirituellen Meme ist oder so, wenn du ganz viel gibst, kommt ganz viel zurück. Also ich kann jetzt nicht sagen in meinem Leben, dass ich das für richtig finden würde. Also ich habe wirklich erlebt, wenn man versucht, besonders nett zu sein, besonders aufmerksam, besonders, weiß ich nicht, besonders überunkompliziert irgendwie, dass genau das Gegenteil eintritt, dass die Leute einen über einen drüber fahren, einfach, dass die einen nicht respektieren, dass die einen zu selbstverständlich nehmen und ja, und man gerade eigentlich nicht das kriegt, was man eigentlich gerne haben möchte. So, das macht jetzt was anderes sein, wenn man in so einem Status der Fülle ist, aber dann guckst du wahrscheinlich meine Videos nicht richtig und man jetzt aus seiner Fülle gibt, das macht man ja auch manchmal oder oft mit Kindern, denke ich, wenn man denen was schenkt und man versucht sich einfach dem was zu schenken und in diesem Akt des Schenken, das ist eigentlich schon so viel Freude drin, dass man auch gar nichts mehr zurückhaben will und nichts braucht. Also dieses absichtslose Schenken, sicherlich eine andere Sache, aber wenn man selber so absolut im Mangel ist gefühlt, in dieser Pluspoligkeit, in dieser Co-Abhängigkeit ist das ein schwieriges Thema und sollte man wirklich erstmal an sich denken. Also weiß nicht, wie viele von uns haben schon versucht, ihren Partner zu bekehren, ihm eine Therapie anzudrehen, ihm Bindungsangst Bücher zu kaufen und es ist alles der falsche Ansatz meiner Ansicht nach. Klar, wenn jemand nach Hilfe fragt, selbst dann ist es manchmal schwierig, finde ich, aber klar, hilft man ihm natürlich gerne, aber das ist ja gar nicht gefragt, das ist aufgestülpt, die wollen das gar nicht, die fühlen sich wohl, wie sie sind, die Partner und wollen gar nicht gerettet werden und ja und es ist einfach, ich glaube wirklich, also wir sind wirklich mächtige Wesen, wir Menschen, aber das ist vor allen Dingen, was uns selbst angeht. Also wir selber haben wirklich die Macht, uns eine schöne Blase zu erschaffen, uns ein nice geiles Leben zu erschaffen, aber nicht für jemand anders. Klar, also es macht Spaß mit Leuten zusammenarbeiten und alle das gleiche Ziel haben und wie gesagt, natürlich kann man auch mit mehreren tolle Sachen erschaffen, wenn alle am gleichen Strang ziehen und das ist ja in diesen Beziehungen nicht der Fall. Deswegen würde ich wirklich sagen, also meine Botschaft ist, komm in die Mitte, sei nicht überverfügbar, überkompromissbereit, überunkompliziert, übernett, sondern finde so eine Mitte, geh jetzt auch nicht, was glaube ich auch manche machen, auf die andere Seite, dass man so frustriert ist, dass man wirklich nur noch Stahlmauern hochzieht und nur noch schnippisch und frustriert und dann selber so minusmäßig wird. Das ist auch nicht, aber komm in die Mitte, wo ja, wie auch Beetz oft sagt, mit Arschengel so, also wenn du so übernett bist, überliebt, dann wirst du auch Menschen treffen, die genaues Gegenteil leben so und dir zeigen, naja, in dir steckt vielleicht auch jemand, der aschig ist oder mal gemein oder mal rumtrickst oder mal nur an sich selber denkt und ja, also ich würde da sagen, man sollte immer einige Spielfläche sauber halten und fair bleiben letztlich, aber das heißt jetzt nicht, dass du auch mal sagen kannst, nee, dass dieses herrliche Stück Kuchen mit Erdbeeren und Schlagsahne, was richtig schön groß ist, das packe ich mir jetzt auf meinen fucking Teller, so, das esse ich jetzt und ich sorge jetzt dafür, dass ich einfach ein cooles Leben habe, indem ich an mich denke, indem ich, was weiß ich, konsequent das mache, wo ich Bock zu habe, indem ich mir einen Job suche oder mir einen Job erarbeite, wo ich Bock zu habe, indem ich mir erlaube, auch in einer gewissen Art von Fülle zu leben, ja, warum nicht, ne, auch auch in die Glaubenssätze habe, ja, ich darf auch Fülle sagen, ich muss nicht immer Mangel leben, so, und ich muss vor allen Dingen nicht immer Menschen in mein Leben lassen, die einfach nur auf mein Ticket fahren, ne, und auf meinem Rücken ihr eigenes Leben errichten wollen und im Grunde genommen, ja, einen gar nicht sehen, irgendwie, ne, und also, oder wie, irgendwie so eine Tankstelle benutzen, ne, was jetzt nicht heißt, dass man das nicht selber auch manchmal macht, so, ne, das muss, man muss, man muss halt immer erstmal auf sich gucken, was man selber so für komische Sachen macht, aber ich bin wirklich der Meinung, ähm, du, also es gibt ja mal dieses wunderschöne Beispiel für ein Flugzeug, wenn das, ähm, plötzlich Höhe verliert und die Sauerstoffmasken fallen raus, setzt dir als erstes deine scheiß Sauerstoffmaske auf, ne, wirklich, das ist, und wenn es nur aus Übungsgesichtspunkten machst, irgendwie, äh, und vielleicht macht man das dann im echten Flugzeug, was einem hoffentlich nie passiert, dann vielleicht doch irgendwas anderes, aber jetzt mal so aus Übungsgesichtspunkten übt, wirklich zu nehmen, das ist wirklich mein Rat an, an Pluspole, und, ähm, ja, die Programme bei mir auf Liebeschip, die das, das ist eigentlich fast allen Sachen drin, aber was ich da sehr empfehlen kann, ist halt der Chor Spiritualität und Nice Geiles Leben, der, was ich muss jetzt keinen, äh, um, äh, äh, Namaste-Typ sein, um davon zu profitieren, das ist, ich hab da auch spät so gefunden und ist sehr leichtgewichtig, man kann das auch alles psychologisch herleiten, die meisten Sachen, also ist auch wurscht, wenn du nicht so auf Spiritualität stehst, aber darum geht's eben, warum ist das Nice Geile Leben so wichtig, was kann ich da machen, welche Tools gibt's da, und natürlich, äh, was es ja auch wieder ab ersten Mal gibt, die, äh, Manifestations-Challenge, die ist dann schon ein bisschen, ja, da sollte man jetzt nicht zu sehr Abwehrreaktionen und, äh, rote Puzzeln kriegen, wenn man irgendwelche spirituellen Inhalte hört, aber auch das ist sehr gemäßig, das ist meine Art von Spiritualität, ich kann mit diesem aufgeblasenen, äh, und, äh, die Teil kann ich überhaupt nichts anfangen, äh, keine Ahnung, das ist, wie ich das lebe, und, ja, hoffe, ihr schaut da mal rein, haben schon viele gemacht, äh, findet auch Rezensionen da drunter, und, und natürlich, ja, vom Opfer zum Gestalter ist es wirklich quasi, 40% des Buches sind, ähm, auch diese Inhalte, ne, wie manifestiere ich mir Dinge im Leben, warum klappt es manchmal nicht, äh, wie kommen ja aus dem Täter-Opfer-Denken raus, diese ganzen Sachen, ähm, auch sehr stark in diesem Buch. Ja, ansonsten, ähm, die Fortgeschritteneren kommt gerne in meine Lives, ähm, haben wir uns jetzt so ein bisschen so eingetunt, das ist mittwochs und sonntags auf Twitch, 20 Uhr und freitags, wahrscheinlich ein bisschen später eher 2030 auf Judeltube, genau, und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.